Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Projekt Cast. Mein Name ist Glabur. Jawohl, wir machen weiter ab in den Rennkalender. Rufe eine Nachricht auf. Wir gehen in die nächste Formel-Challenge. Jawohl, wir müssen ja jetzt auch erstmal wieder Aufträge bekommen. Wir haben gesagt, wir stellen den Computer auf 80% und gehen etwas runter. So zwei, einen Schritt runter. So, teilnehmen. 80% Schwierigkeitsgrad. Jetzt bin ich gespannt. Okay, ja. Vereinigtes Königreich. Länge 2 Meilen, Kurven 8. Zwei Meilen? Ganz schön, Mann. Äh, fahren. Was war das denn gerade für eine Vibration? Oh, ich hab eine Vibration. So, los geht's. Normalerweise müsste man jetzt ja so fahren, ne? Dann hätte man die richtige Ansicht. Aber das ist ja... Heifen sind kalt. Glabur, immer dran denken. Ach, so ein Mist. Ich hab wieder nicht auf Kmh umgestellt. Ah, die Kurve, die Strecke ist das, alles klar. Kennen wir ja. Hallo, Gras. So, Hangas hier. Slide, 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 slide. Reifen einfach noch zu kalt. Aber es ist ja auch nur Training. Okay, die können wir echt mit Vollgas nehmen hier. Okay, ganz einfach. Eine schnelle Runde knallen wir rein in Asphalt. Zwei Reifen sind schon warm. Linke Seite hab ich drauf gehaucht, um dass die Reifen wärmer werden. Oh, was war das? Zu früh gebremst. Jetzt kommt die blöde Schikane. Innen, jawohl. Alles super. Hat er noch einen Gang? Nee. Vollgas, komm, Baby. Jetzt bin ich gespannt, wie wir abschneiden. Erster auf jeden Fall. Eigentlich gehen wir ja dann zurück zur Box. haben jetzt schon wieder zwei Sekunden Vorsprung. Äh, wir können so rummachen. Jetzt bin ich gespannt. Hm. Sind trotzdem Erster geworden, aber nur mit einer halben Sekunde. Nicht mal in einer halben Sekunde. Das wird enger. Auf jeden Fall. Fahren. Cooler. Cooler. Viel cooler. Go, go, go. Absolut genial. Ich freu mich wieder, dass das weiter geht hier. So. Reifen warm fahren. Also wenn wir Pech haben, zwei Runden werden die wahrscheinlich brauchen. Ja, ja, Strecken, äh, Rennzeit ungültig, das ist... Also war es das für ein... Das ist in diesem Spiel das absolut genialste. Dass es extremer Unterschied ist, ob du warme oder kalte Reifen hast. Finde ich absolut genial. Ojojojojojui. Ach, Vollgas. Ähm, muss noch mal dran denken. Kalte Reifen. So, stay on it. Stay focused. You can do this. Reifen nicht warm geworden. Aber jetzt geht's los. Okay. Also genau wie letztes Mal auch. Dann werden sie in der Runde warm. Sollte dann ganz okay sein. Ich glaube, ich habe die Bewegungsunschärfe noch drin gelassen. Ah, egal. Du hast eine neue Bestzeit für Sektor 1 erreicht. Ja, so muss das sein. Ah, zu spät rausbeschleunigt. Ja, jetzt mit Vollgas. Ich glaube, das hat Zeit gekostet. Neue schnellste Runde hat der Erste schon gefahren. Und wir Erster. Alter, der hat immer zwischendurch den übelsten Linkstrall. Okay, wieder eine ganze Ecke schneller. Es wird irgendwie sehr wolkig gerade und ziemlich dunkel. Könnte gleich sein, dass es regnet. Oh, Ja, verkackt. Da haben wir es richtig verkackt. Gut, zurück zur Box. Ei, das wird eng. Ei, wird das eng. Ja, ja, ja. Erster. Erster, erster, erster. So muss das sein. Ab zum Rennen 1. Jawohl. Fahren, Muri. Erster Gang einlegen. Drehzahlen. Und tschüss. Okay, Reifen sind warm. Sehr gut. 1,5 Sekunden schon Vorsprung. Wollt er mich jetzt verarschen? Oh. Irgendwie ist mein Joystick sehr empfindlich. Aber auch nur, guck mal. Das ist Wahnsinn. Muss ich später auch noch mal umstellen. Okay. Ich glaube, die könnte man auch anders sehen. dass man nicht so langsam rauskommt aus der Kurve. Weil ich bremse in die Kurve rein. Ich glaube, das würde anders auch besser gehen. Oh, zu aggressiv. Das wird auf jeden Fall richtig Zeit gekostet haben. Wir werden Schalllaufer geraten sein. Noch wächst der Ab Vorsprung. Okay. Rennen 2 bin ich sehr gespannt. Ob man dann von hinten wirklich schafft, aufzuholen. Das war richtig scheiße. Vollkommen übertrieben. Unter eine Sekunde sind sie dran. Also Windschatten vollkommen möglich. Jetzt kommt irgendwie die Sonne raus hier. Dieser Pipi-Wetter ist eigentlich weg. Oh. Alter, was mach ich denn jetzt? Konzentration, Herr Glamour. Tag, Post. Konzentration. Konzentration. Meine Damen und Herren. Muss ich anlegen, ja? Ja. So. Konzentration angelegt. Rüstung der Konzentration. Wieder nicht gut rausgesteunigt. Jetzt wird es auf jeden Fall interessanter. Kleine Fehler und der Computer setzt mir sofort hinten im Nacken. So muss das sein. Und nicht anders. Jetzt zeigen wir denen erstmal, wo der Haken sitzt hier. Damit doch nicht verkack-eiern jetzt hier. Okay, keine Strafe gekriegt. Sehr schön. Ja, ja. Ich bin dabei, Maka. Hier fahren wir jetzt enger. Oh. Hat ein bisschen beim Rausbeschleunigungen gekostet, aber auf jeden Fall sind wir Erster geworden. Strike. Boah, leckt mich fette. Gar nicht so einfach. Äh, Glamour, Tag, Post ist Erster. Jawollah. Mit zwei Sekunden nur Vorsprung. Okay, weiter geht's. Nächstes Rennen. 31 Punkte haben wir bekommen. Wir legen jetzt 95 Punkte auf 60. Okay. Rennen zwei. Jetzt werden wir von hinten starten. Nämlich vom letzten. Das sah gerade aus wie Regen, ne? Aber es regnet nicht. Wir haben auf jeden Fall Slicks drauf. Boah, diese Sonne. Erster Gang. Komm, Baby. Komm, 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 komm. Jawoll. Jawoll, 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 jawoll. Noch besser geht's gar nicht. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Bremsen. Ei, ei, ei. Ah, fuck you. Rasen sieht ja komisch aus, wenn man den holt. Der sieht richtig komisch aus. Ich hab mir den früher ausgeblendet. Keine Ahnung warum. Jawohl. Oder ich habe den falsch eingestellt. Das könnte auch sein. Weil ich bin vorhin einfach nur durchgegangen, ganz schnell alles hoch. Aber der Rasen sieht echt komisch aus. Da muss ich gleich nach der Folge erstmal gucken. Wir müssen sowieso noch auf KMH aufstellen. So Baby, komm. Jetzt müssen wir aufholen. Fünf Runden haben wir Zeit. Vollgas. Da musste ich vom Gas gehen, weil ich zu spät eingelenkt habe. Alter. Die Sonne steht so beschissen. Verschwinde. Geh dahin, wo nie die Sonne hinscheint. Wir haben noch Zeit. Also wir holen jetzt auf jeden Fall rapide auf. So noch 1,9 Sekunden. Also nächste Runde sollte ich spätestens dran sein. Und dann geht es los mit dem Überholmanöver. Weil alle sind aneinander dran. Wir müssen einfach nur noch zusehen, dass wir weit nach vorne kommen. Boah, da ist... Ich will zu viel. Mensch, Kevin macht jetzt hier keine Scheiße. Kann doch jetzt nicht sein, oder? Jetzt sind wir dran. Boah, das ist jetzt dritte Runde. Ja, ja, ist mir schon klar, dass ich Windschatten nutzen muss. Aber das Ding beschreue ich nicht. Was habt ihr hier eingestellt? Mal den Ingenieuren die Schuld geben. Alter. Dreh doch um! Ja, das können wir vergessen. Ja, aber ich spüre nicht zurück. Das ist WaySync. Ja, guckt euch Kimi Raiköhn an. In jedem Rennen verkackt Ferrari zur Zeit irgendwas. Die können gar nicht ihr volles Potenzial zeigen. Mercedes dominiert vorne ohne großartigen Fehlern. Außer in der Qualifikation, wo sie beide gedreht haben. Das ist genau das Gleiche. Ärgerlich für Kimi Raiköhn letztes Rennen. Weil ich mag diesen Menschen ungemein. Weil der einfach das sagt, was er denkt. Und so sollte es sein. Ja, da sieht man, mit was für Schritten wir jetzt aufholen. Aber das Rennen habe ich versaut. Selbst. Durch eigene Doofheit. Aber so kann ich wenigstens beigehen und vielleicht nochmal eine Topzeit fahren. Von 5 Sekunden runter auf 3,7 in das in einer Runde. Also über 2 Sekunden habe ich gleich aufgeholt. Mit 1,17, 4,4,1. Also das ist auf jeden Fall Topzeit. Oh, komm rum. Ein bisschen schlechter gefallen. Da haben wir gleich wieder aufgeholt. Und vorhin Minus gehabt, jetzt schon wieder. Vorhin Plus gehabt, jetzt Minus. Wir haben fast eine halbe Sekunde sind wir in dem Sektor gerade schneller gefahren, wie in den Vorregeln. Auch viel besser gerade da rausbesteuern. Da sieht man, wenn ich es ruhiger angehen lasse, fahre ich viel ruhiger, viel saubere Kurven. Also ich bin jetzt mal gespannt, was ich für Zeiten gefahren habe. Kann man gar nicht sehen, ne? Nö. Nur, dass wir 17 Sekunden zurückgelegen haben. Okay. So, wir sind mal gespannt. Wir kriegen natürlich gar keine Punkte dieses Rennen. So gehört sich das halt. Aber, da, Bonuspunkte, weil wir die schnellste Runde gefahren haben. In jedem Rennen. Da sieht man einfach, ich wäre der schnellste gewesen. Pech in dem Sinne. Formel Wookie UK Challenge. Schon beendet. Jawohl. Glamur, Tag, Post. Hat den Pokal abgeräumt. Und so muss das sein. Mit 97 Punkten und 3 Siegen. Perfekt. Perfekt, Leute. Ja. So muss das sein und nicht anders. Herzlichen Wunschwunsch. Silber Auszeichnung für den Sieg der Formel Wookie UK Challenge. Verliehen. Neue Einladung E-Mail von Owen Waysink. Okay, gucken wir uns das an. Einen guten Tag. Glamur, Tag, Post. Als prominenter Mitglied der Rennfahrergemeinde laden wir Sie herzlich dazu ein. Hysterische EVW Drive Classic. Alles klar. Ja, dankeschön. Verträge, nichts Neues. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Projekt Kars. Mein Name ist Glamur. Wir hören uns morgen in alter Frische wieder. Bis denne. Tschüss.